The Elder Scrolls Online Der Tag, den ich abzuwenden hoffte, ist gekommen Machthunger wird alles vernichten, was wir auf dem Archipel aufzubauen gedachten Jetzt erschlägt Druide, Druide im Kampf um meinen Thron Genau wie die Elfen, die wir auf dem Festland zurückließen Ich muss dem ein Ende machen Wo bin ich? Ist es schon so lange her, dass ihr als mein Lehrling gedient habt, Ivan? Habt ihr den Tempel von Uffelon vergessen? Unsere fehlgeleiteten Brüder und Schwestern schänden diesen heiligsten aller Orte mit ihrer Gewalt Unsere fehlgeleiteten Brüder und Schwestern Anhänger des Allwelkens aus dem Feuersang Zirkel Während die meisten dieses Zirkels dem Kreislauf der Schöpfung dienen Verehren die Anhänger des Allwelkens nur Tod und Verfall Sie wollen den Efeu-Thron, um uns in ein Zeitalter der nimmerendenden Finsternis zu führen Wie halten wir die Anhänger des Allwelkens auf? Ich muss meine Insignien Uffre zurückgeben Krone, Stab und Stulpe Die Zeit des Druidenkönigs muss enden Bis auf Weiteres In der Zwischenzeit müssen wir Vorbereitungen treffen, damit mein Traum sich erfüllen kann Begleitet mich zum ältesten Verline in der Ritualkammer Diese Sache endet heute Ich eskortiere euch zur Ritualkammer Die Ritualkammer liegt im Süden Nehmt den Gang, der nach oben führt Seid auf der Hut, alter Freund Die Anhänger des Allwelkens sind schon im Tempel Wir müssen die Insignien zu Uffre zurückschicken, bevor sie uns aufhalten Wie werdet ihr die Insignien Uffre zurückgeben? Aus den Samen erwuchsen die Krone, der Stab und die Stulpe Zusammen müssen sie wieder werden Ihr habt meinen Traum gehört, Ivan Wie der Seher eines Tages erwachen wird Sobald jene Spaltung endlich überwunden wurde, die unsere Leute trennt Euer Traum? Der Seher? Seid ihr euch sicher, dass es euch gut geht, Ivan? Der Traum ist meine Prophezeiung von zwei Zukünften Einer guten und einer schlechten Der Seher ist der Schlüssel Ein Geist, den ich aus dem Grün rief und den Wirt zur Pflege überließ Ihr müsst die Nachricht für den Seher vorbereiten, wie wir es besprochen hatten Wer ist ältester Verline? Diese schwierigen Zeiten verwirren selbst mich, mein Freund Werline ist mein engster Berater Ein treuer Feuersang, nur allzu vertraut mit der Bedrohung, die jene darstellen, die sich dem Allwelken verschworen haben Er ist ebenfalls in Gefahr durch jene, die ihn einen Verräter an ihrer Sache nennen Könnt ihr mir mehr über die Anhänger des Allwelkens erzählen? Muss man denn mehr wissen, als dass sie hier sind und unseren Tod wünschen? Ach, vergebt mir Ich teile eure Verwirrung Wir wussten nicht, wie verbreitet der Einfluss des Allwelkens geworden ist Viele mächtige Feuersang-Droiden sind seiner Dunkelheit verfallen Was ist das, Allwelken? Eine schwierige Frage Feuersang-Droiden verehren den großen Kreislauf von Schöpfung und Zerstörung Tod und Wiedergeburt Doch jene, die sich dem Allwelken ergeben, sehen nur die eine Hälfte Dieses ewigen Rats Die finstere Hälfte Sie dürfen nicht auf den Efeu-Torn gelangen Ja, kommst du da mit? Wir wollen los Ähm, deswegen sollte ich den begleiten Wo stehe ich? Ich bin bei euch, Laurel-Freundin Ihr seid ältester Ivan Sprecht doch nicht alle durcheinander Ich erinnere mich an ihn Der Druidenkönig ist älter Rahm erfüllt Viele Jahre sind vergangen, seit er mich bei den Wirt ließ Ja, ich hätte nicht reinlaufen sollen Das Ritual ältester Berline Ältester Ivan, ich brauche eure Unterstützung Wenn ihr sicher seid, mein König Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg Der Tempel von Uphelon Ich höre sein Lied Sogar in meinen Träumen Der älteste Berliner hat die Insignien Und wird das Ritual beginnen Ich hatte gehofft, der Schatten, der auf unseren Leuten liegt Würde sich lichten Wenn ich meine Autoritäten niederlege Und meinen Thron dem Wald überlasse Nun erkenne ich, dass es mehr brauchen wird Werdet ihr mir helfen, alter Freund Was soll ich für euch tun? Erinnert euch an alles, was ihr seht, Ivan Wenn die Prophezeiung sich erfüllt Und sich ein neuer König erhebt Müssen die Samen hierher gebracht Und von dem Seher gesegnet werden Den ich in meinem Traum erwähnte Ihr müsst diesen Moment wahren Um den Seher anzuweisen Jetzt geht Berline helfen Wie helfe ich dem ältesten Berliner? Wir müssen das Licht der Monde Auf die heiligen Becken dieser Kammer strahlen lassen Maras Träne und Shandas Trauer Müssen unsere Taten in dieser Nacht bezeugen Und heiligen Ältester Berliner kann euch sagen, was zu tun ist Ich muss mich vorbereiten Wie er befehlt, Druidenkönig Ich fürchte, der Druidenkönig begeht einen Fehler Diese Symbole sind Geschenke von Uephre Seit Jahrhunderten haben unsere Könige sie mit Weisheit und Gnade getragen Ich flehte Kasorain an, sie nicht jenen zu nehmen, die nach uns kommen Doch er besteht darauf Der Druidenkönig sagte, ich soll euch helfen, das Ritual abzuschließen Wenn wir das tun müssen Ja, dann brauchen wir das Licht von Maras Träne und Shandas Trauer Auf beiden Seiten des Balkons steht ein Druidenstein Dreht sie in Richtung des geheiligten Beckens So wird das Licht des Mondes herabgerufen, um diesen Ort zu segnen Ich werde die Druidensteine wie angewiesen drehen In Richtung des geheiligten Beckens Womit fangen wir denn an? Ich verstehe es Achso, der ist da oben Ah Ich wollte gerade noch sagen, ich verstehe es nicht so Weil die sind nicht markiert Aber Es waren auch gar nicht die, die ich brauche Hier ist noch einer Komme ich so vermutlich nicht durch, ne? Ja Verwandelt Krone, Stab und Stulpe wieder in die Samen, aus jenen sie stammen Dies ist eine Torheit, Kaso Rhein Ihr lasst mir keine Wahl Alwelken, führt meine Klinge Ah, Verrat! Warum, Verline? Hinfort! Ich verpanne euch! Die Anhänger des Allwelkens sind hinterlistiger als ich dachte Eine vergiftete Klinge in der Hand eines vertrauten Freundes Das Beweis, dass ich recht hatte Krone, Stab, Stulpe Sie müssen zum Grün zurückkehren Ihr müsst mir helfen, Ivan Was kann ich tun, mein König? Sammelt die heiligen Samen Helft mir Odir, den Wächter zu beschwören Einen mächtigen Verbündeten für den Seher Einen Beschützer, der dafür sorgt Dass nur ein würdiger König die Samen neu wachsen lassen kann Dann Ich lausche, mein König Gebt jeden Samen einem Droidenzirkel zur Bewachung und zur Verwahrung Eiche an die Ahngezeiten Vogelbeere an die Steinlehre Esche an die Feuersang, die nicht vom Allwelken verdorben wurden Eine Sache noch Geht zum Efeutron Versiegelt ihn Niemand darf ihn betreten, bis der Seher erwacht Ich nehme die Samen und übergebe sie den Zirkeln Vielen Dank, mein alter Freund Nehmt die Samen Geht zur Mitte der Kammer Berührt den Lichtfunken Wie beschwöre ich Odir, den Wächter? Berührt den Funken, um die Beschwörung zu beginnen Ich übernehme den Rest Odir ist ein Geist des Grüns Er wird diesen Ort schützen, bis sich ein neuer Druidenkönig erhebt Odir wird Wacht halten, bis der Seher entscheidet, dass die Zeit der Samen gekommen ist Was ist mit dem ältesten Verline und den Dienern des Allwelkens? Diese Aufgabe lasse ich in euren Händen Versammelt die Zirkel gegen jene, die dem Allwelken folgen Besiegt sie Bindet sie an den Berg Dann lasst sie vergessen werden Es kann keine Heilung geben Solange Droiden nach Macht gieren Und einander Leid antun Ja, es ist das gleiche wie bei den Menschen Ach, da hinten Was war denn das für ein Knuffel am Ende? Aus dem damals ins jetzt Kommt, lasst uns darüber sprechen, was wir gesehen haben Ja, ich habe einen total süßen, dreiköpfigen Hund oder sowas gesehen Traum, Erinnerung Ich wandelte mit dem ältesten Ivan genau wie ihr Ich sah jenen, der mich aus dem Grün rief Kasorain, der Druidenkönig Ich verstehe nun so viel mehr War Urdir nicht wundervoll? Der Geist, den ältester Ivan beschworen hat? Ich schätze schon Wild und wüst Ein Geist gerufen aus dem Grün Wie ich es war Er ist gebunden an Krone, Stab und Stülpe Der Feuersang riskiert viel, wenn er seinen Zorn erweckt Ihr meint, Urdir, der Wächter, ist immer noch dort? Urdir wartet, wie ich es tat Der Feuersang muss die Samen an jenen Ort zurückbringen, den wir ihm damals sahen Der Tempel von Uphelon Ich weiß, wie man Urdir ruft Ein Lied der Verteidigung Es ist meine Wahl Erztruiden Ohrleid wusste von euch Weiß sie auch von dem Wächter? Vielleicht Sie meint vielleicht, sie kann Urdir binden Ihn mit Krone, Stab und Stülpe befehligen Doch König Kasorain trug einigen Geistern auf, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen Ich bin einer von ihnen Urdir ein anderer Wir sollten Druiden Laurel finden Sie wird wissen, was als nächstes zu tun ist Lasst uns Druiden Laurel finden Druiden Laurel studiert die alten Lehren Jung, doch weise Wir müssen ihr sagen, was wir in der Erinnerung des Ältesten erfahren haben Lasst uns diesen Gang versuchen Ich spüre dahinter sanfte Winde und offenen Himmel Ihr sagtet, ihr hättet eine Wahl Was meint ihr damit? Geister werden an einen Zweck gebunden Wir ändern uns nicht Doch der Zweck, den König Kasorain mir gab Bestand darin, für ihn zu entscheiden Er konnte nicht wissen, wie man die Entscheidung trifft Daher band er mich nicht Ich kann wachsen Lernen Entscheiden Welche Entscheidung solltet ihr für Druiden König Kasorain treffen? Die würdigen zu erkennen Ich sehe Doch ich kann entscheiden, wann ich die Samen sprießen lasse Und für wen Warum wandten sich diese Druiden gegen Druiden König Kasorain? Wir sahen dieselbe Erinnerung Die Entscheidungen, die den Druiden König und den Ältesten Berline zum Tempel führten Sind nun vergessen Doch ich kenne das Allwelten Es stammt aus dem Grün Aber es hasst, was es ist Es hungert nach dem, was es nicht ist Wenn der Feuersang ihn verraten hat Warum übergab er ihm dann einen der heiligen Samen? Einige verrieten ihn Nicht alle Nur jene im Griff des Allwelkens Jene sind es, die geschwächt wurden Vergessen Den anderen wurde Vergeben Ich glaube, Orleid erinnert sich Weiß, was andere vergessen haben Und so sieht sie den Traum anders Als ein Weg zur Macht Wo ist der Tempel von Uphelon? Druiden Laurel sprach davon Er steht auf der Insel Uphelon Eine Kathedrale des Grüns Vor langer Zeit Immer noch heilig Nun wissen wir Dass Urdir dort wartet Ich war noch nie an diesem Ort Doch ich erinnere mich an ihn Aus den Erinnerungen des Ältesten Oh Gott Ähm Ich hasse es Wie komme ich denn da jetzt hoch Oder runter Oder wie auch immer Da unten ist ein Weg, oder? Moment Dann versuchen wir hier mal nicht zu sterben Okay, es war anscheinend doch kein Weg Aber Theoretischerweise Müssten wir hier runterkommen Und dann auf die andere Seite kommen Ich weiß nur nicht, ob ich da jetzt auch wieder hochkomme Deswegen schneide ich das jetzt mal nicht raus Damit ihr das dann auch selber schafft Da hinzukommen Falls ihr das noch machen müsst Falls ihr das Spiel überhaupt habt Und mich hier einfach nur so zuschaut Natürlich Ich kann ja auch nicht reiten Weil ich immer wieder ins Wasser reinkomme Ich denke aber Dass der Ort hier unten ist Hallöchen Das nehmen wir noch mit Und Miras Tagebuch Die Beutesuche Könnt ihr natürlich auch gerne durchlesen Wenn ihr das möchtet Wie immer So Und hier vorne irgendwo Sollten wir Da hinten Das ist eine gute Frage Das ist auf jeden Fall sicher Wir müssen Druidin Laurel finden Was denkt ihr, was wir tun sollten? In Ordnung Ich treffe euch dann in Bastür Ja Und da das ja immer so schön übergeht Würde ich sagen Machen wir hier dann erstmal einen kleinen Cut Diese Folge werde ich dann in zwei Folgen schneiden Damit das Ganze nicht zu lange ist Und wir werden uns dann in der nächsten Folge In Bastür wiedersehen Bis zur nächsten Folge Ciao Vielen Dank für dein Like Wenn du mehr davon sehen möchtest Dann darfst du mich auch gerne abonnieren